Oh, ich rage hier noch komplett durch. Eins. Zwei. Drei. Der verpisst sich jetzt nur, weil er nicht mehr treffen kann. Soll mir auch egal sein. Er will mich verpimmeln, oder? Eins. Es ist schon extrem, Mann. Okay, wie lange noch? So, jetzt haben wir es. Hoffentlich ein bisschen mehr Energie dafür. Können wir uns nicht bewegen. Oh, ich bin so schlecht. Ich wollte mit Kuh nach vorne fahren. Brandy, bitte. Irgendwoher kommt doch jetzt noch ein anderer. Eins. Zwei. Drei. Drei. Komm. Schnell weg hier. Erstmal aufladen gehen, Leute. Erstmal aufladen. Kommt da der nächste Panzer? Ich sehe es, oder? 80, 81, okay. Ich hatte so das Gefühl, dass da schon der nächste Panzer auf uns zurollt. Hatte ich jetzt auch anscheinend nicht ganz Unrecht damit. Alle, eins. Zwei. Yes. Yes. Die sind des Todes. Hahaha. Geleckt. Die machen mich vollkommen fertig, diese Motherfuckers. Aber, die sind tot. Ach, war das lustig. Äh, nee, war es nicht. Ich habe gehört, was Gareth gesagt hat. Wir haben genau... Wo bin jetzt? Feindlicher Panzer auf dem Platz. Auf dem Platz. Auf dem Platz. Boah, ich sehe ihn nicht. Erstmal hier bleiben. Ach, da. Ob ich mir den nicht auch so schnappen kann? Theoretisch bestimmt. Ach, da kommt er mir schon entgegen. Lass mich doch rein. Eins. Zwei. Ja, haha. Boah, Zucker. Naja, wir werden uns jetzt aufladen. Chinesischen Panzerchen. Chinesischen Panzer. Sind schon stark. Aber unser Panzer scheitert gerade an Treppen. Ja, ihr habt es richtig gehört. Panzerfäuste. Nicht gegen Panzer einsetzen. Wie weit ist denn der Scheiß noch weg? Boah, jetzt müssen wir aussteigen, oder? Wir müssen zu Fuß weiter. Yes. Sowieso viel geiler. Okay, Tombstone. Ich treffe. Wir gehen mit das große Reck rum. Du die Fahrt, ich ziehe. Feier auf der Treppe. Ah, ich ziehe 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 auf der Treppe. Ihr meint wohl, wir laufen da durch. Ja, dann lass mich durch. Jawoll. Okay, wir müssen durch. Komm. Ja, ja, wir gehen doch schon. Ja, dann gehen wir nach oben. Ja, dann gehen wir nach oben. Sturmkill Natürlich habe ich ihn lassen sonst Na los Jungs Es geht hier rein Irgendwas sagt er sonst Wir sind nur noch zu viert Wir sollten los Die Wolken brechen Der Sturm legt sich Das gefällt mir nicht Bist du wahnsinnig? Wir vier gegen eine Armee? Wir haben die Mission ausführlich mit Garrison besprochen Er war sich das Riesekus Nein, du hast das besprochen Und zwar hinter meinem Rücken Was ist dein Problem? Bist du keine Frau in deinem Squad? Ich habe kein Problem mit Frauen Aber ich habe eins mit Lübnern Jetzt hört auf Wir haben eine Mission zu erledigen Legt an die Leute auf der Valkyrie Wie ihr gerettet habt Sie verlassen sich auf uns Fuck Okay Hilf mir mal Rekka Klar Okay Wir schaffen das Jungs Mädels Okay Okay Ich glaube ich kann die Flugzeuger sehen Allerdings keine Militärmaschinen Es ist nur eine Frage der Zeit Bis ich sie auskriege So Der Sturm wird nicht lange anhalten So fühlt es sich aber nicht an Okay Hinter die Autos Verwägung voraus Jetzt hat es mich hier reingelegt Jetzt hat es mich hier reingelegt Macht sie fertig Nein Scheiße Oh Damn Scheiße Jetzt macht es Bam Ach Durch den Bus Einfach Durch die Vordertür Und dann geht es weiter Oder was Kopfschuss Wir müssen vorwärts Da ist niemand mehr Dachte ich Jetzt ist aber wirklich Niemand mehr Los Stopp Mist Er ist vorbei Okay Okay Ja hol dich aus Hilf mir mit dem Ding Ich versuche Ah Dr. Burgess Sieh Okay Dein Arm ist frei Count occasion Zieh am Boden Gut Okay, zurück zum Wagen. Heck, schweig dein Meister ein. Hannah, überbrüff die Handbremse. Auf drei. Eins, zwei, drei. Wir müssen von dieser Brücke. Es ist zu gefährlich. Wir lassen dich nicht zurück. Hier bleibt keiner zurück. Schieb! Nein, Rekka, nein. Kann ich nicht hochschwimmen? Komm schon, schwimm. Schau, schwimm. Schau, schwimm. Schau, schwimm. Das ist schon fast überarschkalt. Ich hab nur Lust, der E-Länder. Sau, neiner! Schu, bist du laut! Ja, ich hab ihn erwischt, aber... So, so macht man das, Leute. Nicht anders. Aber ich hatte nie diese Waffe. Sorry, Rex, aber du musst wieder Platz machen. Das ist schon fast überraschend. Das ist schon fast überraschend. Ich hab ihn gemerkt. Da musst du denn die Flexbeck. Ja, so hab ich nicht. Okay.